In diesem Video siehst du, wie du beim Tiremoni TM2 40 und 2 60 die Warnschwellen für dein Fahrzeug einstellen kannst. Dies ist der letzte Schritt in der Programmierung vom Tiremoni. Drücke so lange auf die linke Taste, bis das Menü erscheint. Du musst jetzt das Menü B auswählen. Drücke dafür einmal kurz auf die linke Taste. Damit kommst du zur Auswahl Fresh Out of Alarm, also Warnschwellen einstellen. Springe ins Menü, indem du die rechte Taste drückst. Das Gerät ist bereit für die erste Warnschwelle, Low Pressure für die erste Achse. Mit den beiden linken Tasten kannst du den Wert wie gewünscht einstellen. Wir empfehlen 0,5 Bar unter deinem Kaltfülldruck. Bestätige die Einstellung mit der rechten Taste. Es geht weiter mit der zweiten Warnschwelle, High Pressure für die erste Achse. Stelle die gewünschten Werte ein, wir empfehlen ein Bar über deinem Kaltfülldruck, und bestätige die Einstellung mit der linken Taste. Jetzt ist die dritte Warnschwelle dran, High Temperatur für die erste Achse. Wir empfehlen, die Voreinstellung zu übernehmen. Wenn du jetzt mit der rechten Taste bestätigst, springt das System zur zweiten Achse. Hier stellst du deine Warnschwellen ein, auf die gleiche Weise wie für die erste Achse. Sobald du die Temperaturwarnschwelle der letzten Achse mit der rechten Taste bestätigst, ist die Einstellung abgeschlossen. Damit landest du wieder im Ausgangsmenü. Mit Druck auf die Escape-Taste werden die Einstellungen gespeichert und das Menü verlassen. Das Gerät startet neu und ist mit deinen Einstellungen betriebsbereit.